Willkommen zu einem neuen Video. Heute gab der Europa-Pakt bekannt, dass es für Junior-Club-Mitglieder ein Fastpass-System geben wird. Pro Mitglied kann er einmal pro Tag gelöst werden. Aber wie bekommt man jetzt ein sogenanntes Erlebnisticket? Muss man dafür Geld bezahlen? Nein. Bereits seit einiger Zeit können Junior-Club-Mitglieder an 19 Attraktionen ihren Mitgliederausweis einscannen, wofür man dann Steine bekommt. Nun kann man diese Steine nutzen, um ein Erlebnisticket zu bekommen, welches dann von dem Kind und einer Begleitperson genutzt werden kann. Das Ticket ist an insgesamt 5 Attraktionen einsetzbar, wofür man aber eine verschiedene Anzahl an Sternen benötigt. Um von dem Ticket Gebrauch zu machen, muss der Junior-Club-Ausweis zwingend vorgezeigt werden. Und übrigens, der Junior-Club bricht sich an Kinder von 4 bis 12 Jahren. Nächste Woche ist es wieder soweit, denn es findet die alljährliche Sommernachsparty statt. Es gibt wieder mal viele Veranstaltungen im ganzen Park und um 23 Uhr das typische Feuerwerk. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr den Park besuchen werdet oder ob euch das Besuchaufkommen zu viel ist. Habt einen rein schönen Tag, macht's gut, ciao!